Die Art der Kommunikation in Unternehmen ändert sich. Während die Bedeutung von E-Mails und Telefonie sinkt, sind Instant Messenger auf dem Vormarsch. Social Media Funktionen sind für eine erfolgreiche Unternehmensdigitalisierung mittlerweile unverzichtbar. Enterprise Social Networks, kurz ESN, sorgen für eine direkte, bequeme und standortübergreifende Kommunikation in Echtzeit. Das Team Quiz unterstützt neue Mitarbeiter beim Onboarding, vereinfacht die interne Kommunikation und erleichtert die Einarbeitung. Das neu entwickelte Lunch Roulette macht das tägliche Mittagessen zu einem Abenteuer mit einem zufällig ausgewählten Kollegen. Dies gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, über das eigene Büro hinauszuschauen und macht Teambuilding spielerisch einfach. Last but not least sorgt der Newsfeed dafür, dass Neuigkeiten wie Geburtstage, Jubiläen oder die erfolgreiche Neukundengewinnung von allen gesehen und mit allen geteilt werden können. Für das Wissensmanagement im Unternehmen kann Rex ESN einen Quantensprung darstellen. Die Software unterstützt Fach- und Fachkräfte dabei, das Know-how von Kollegen zu nutzen, beispielsweise durch eine Anfrage im Stream. Das Rex HR Blog-Modul weitet diese Möglichkeit sogar noch aus. In Blocks oder Gruppenbereichen können beispielsweise Unternehmensrichtlinien, Fachthemen oder Projekte veröffentlicht und diskutiert werden. Durch umfangreiche Möglichkeiten zur Rechtevergabe sind die Informationen dabei stets geschützt. Mit Rex ESN werden zudem die sozialen Interaktionen und damit die Mitarbeiterbindung gefördert. In Gruppenbereichen können After-Work-Aktivitäten geplant oder eine Wohnungsbörse eingerichtet werden. Das Employer Branding kann im ESN durch Berichte über Betriebsfeiern, Auszeichnungen oder Sportaktivitäten gestärkt werden. Ein ESN ist besonders für verteilte Unternehmen mit mehreren Standorten oder vielen Außendienstlern interessant. Über das Social Network nehmen alle Mitarbeiter digital an aktuellen Betriebsthemen teil und können auch selbst aktiv agieren und reagieren. Die durch das ESN hergestellte digitale Transparenz fördert die Arbeitnehmerbindung und erleichtert es neuen Kollegen, sich schnell ins Unternehmen zu integrieren. Stichwort Onboarding.